Der Judasbrief, ein geschriebenes Schwert gegen die Irrlehre. Doch wann wurde dieser Brief verfasst? Wurde er noch im Urchristentum sehr früh verfasst? Wer hat ihn verfasst? Der Judasbrief selbst sagt uns, dass dieser Brief von Judas dem Sklaven Jesu des Gesalbten und Bruder des Jakobus geschrieben wurde. Es besteht Einigkeit darüber, dass der Bruder des Jakobus den Autor als den Bruder jenes Jakobus identifiziert, der die Gemeinschaft der Jesusnachfolger in Jerusalem von mindestens 40 nach Christus bis zu seiner Hinrichtung im Jahr 62 nach Christus leitete. Mit anderen Worten, die gleiche Person, die den Jakobusbrief verfasste. Das würde Judas zum jüngeren Bruder in Anführungszeichen oder Cosa Jesu machen. In Listen der sogenannten Brüder Jesu wird Jakobus immer zuerst und Judas zuletzt aufgeführt. Matthäus 13,55 oder als vorletzter Markus 6,3. Doch weder Judas noch Jakobus haben eine familiäre Beziehung zwischen ihnen und Jesus erwähnt. Der Name selbst ist Judas auf Hebräisch oder Aramäisch. Judas ist die griechische Form und ist unauffällig, insbesondere für eine jüdische Familie, die Bethlehem in Judas als ihren Stammsitz beanspruchte. Judas unterscheidet sich von anderen Anführern der Jesusbewegung. Judas, dem Sohn Jakobus, Lukas 6,16, Apostelgeschichte 1,13 und natürlich Judas, Sohn von Simon Iskariot, Johannes 6,71. Er behauptete auch nie von Jesus auf eine Mission gesandt worden zu sein, weder vor noch nach der Auferstehung Jesu und bezeichnet sich daher auch nicht als offizieller Delegierter oder Apostel. Judas bezeichnet sich selbst als Sklaven. Ein Sklave hatte keinen Status in der Gesellschaft. Wenn jedoch ein Sklave eine wichtige Person war, dann wird sogar als dessen Sklave dieser Status geteilt. Es ist also erwähnenswert, dass weder Jakobus noch Judas sich hier Bruder nennen, sondern, dass es hier keine Belege gibt, dass die Familie Jesu ihre Beziehung zu Jesus irgendwie ausnutzte. Indem sie sich selbst Sklaven nennen, verwenden sie stattdessen den Titel persönlicher Selbstironie. Die Kombination von Sklave mit von Jesus dem Gesalbten verwandelt diesen Titel der Selbstironie in einen Titel der Autorität, weil sie an der Autorität Jesu teilhaben. Damit macht Judas deutlich, dass er nicht unter der Autorität des Kaisers oder eines anderen hohen Beamten weder römisch noch jüdisch handelt. Er dient einem alternativen Königreich, dem Königreich Gottes. Das ist dabei die Sprache der Jesusbewegung des ersten Jahrhunderts. Denn im zweiten Jahrhundert finden wir eine erhabenere Sprache, die für die Familie Jesu verwendet wird. Aber hat dieser Bruder in Anführungszeichen Jesu namens Judas den Brief tatsächlich geschrieben? Bevor wir diese Frage beantworten, sollten wir die einfachsten Ansätze untersuchen. Judas 1.1 sagt Judas, der Bruder von Jakobus und Jesus, hat ihn verfasst. Und wir sollten auch glauben, dass dies korrekt ist. Die Führer der Kirche hatten am Ende des vierten Jahrhunderts eine Entscheidung getroffen und wir akzeptieren dies. Dieser Brief ist Bestandteil, integraler Bestandteil der neutestamentlichen Schrift und geht auf eine, wenn auch nicht auf einen Apostlerwahn, auf eine apostolische Autorität zurück. Naja und auffällig ist auch, dass die altkirchliche Tradition eben diesen Brief genauso identifizierte, wie sich der Verfasser des Briefes selbst identifizierte. Ja, und naja, wir wollen uns einfach mal ansehen, zum Beispiel das Datum des Briefes. Ja, Jesus wurde im oder vor dem Jahr 4 vor Christus geboren. Wir wissen nicht, wann seine Cousinen und Cousins und so weiter geboren wurden, aber wenn wir zulassen, ja, dass die Mutter dieser Cousins etwa alle zwei Jahre ein Kind bekam, kein ungewöhnlicher Abstand für eine Frau, ja, damals, ja, dass, wenn es sich bei der Maria um Maria von Kleopas handelt, sie etwa zur gleichen Zeit mit der Geburt der Jungfrau Maria begann und dass sich unter den Brüdern Jesu mindestens zwei Schwestern befanden, Judas wahrscheinlich zwischen 7 und 10 nach Christus geboren wurde. Wenn es mehr Schwestern gegeben hätte oder die Zeitspanne zwischen den Geburten länger gewesen wäre, hätte Judas mehrere Jahre später geboren werden können. Wenn die Geburtszeit zwischen 7 und 10 nach Christus zutrifft, könnte Judas, ja, über den es keine Märtyrer Tradition gibt, bis 90 nach Christus gelebt haben und in diesem Zeitpunkt immer noch nur 80 Jahre alt gewesen sein, ja, kein unbekanntes Alter für die damalige Zeit, ja. Das soll nicht heißen, dass Judas tatsächlich so lange lebte, sondern nur, dass man das Werk, selbst wenn man es in die 80er Jahre datiert, ja, es dennoch vernünftigerweise Judas zuschreiben kann. Doch ein früheres Datum ist trotzdem vernünftiger. Ja, es gibt keinen Hinweis auf einen Herrscher, auf einen Krieg, auf einen jüdischen Führer, auf einen christlichen Führer außer Jakobus und in diesem Fall gibt es keine Informationen darüber, ob er lebt oder verstorben ist. Auf den Tempel, ähm, wir können fundierte Vermutungen anstellen. Zunächst stellen wir fest, dass Judas sich in seinen Versen auf den Glauben bezieht. Vers 23, Vers 3 und Vers 20, ja, 23. Dieser Ausdruck findet sich in den späten 40er und 50er Jahren vor allem in Kontexten der Opposition und Verteidigung, wie zum Beispiel in 1. Korinther 16, 13, 2. Korinther 13, 5, Galater 1, 23 und Philippa 1, 27 wieder. Die meisten Hinweise auf den Glauben, ja, finden sich auch in Apostelgeschichte 13, 8, 14, 22, Hebräer 4, 14 und kommen auch 13 Mal in den Hirtenbriefen vor. Ja, nun, ähm, die Hirtenbriefe kann man eben auch aus logischen Gründen in die späte Lebenszeit des Paulus Mitte der 60er Jahre datieren, ja. Und diese sprachlichen Beweise, ja, die, ähm, zeigen eben, dass es durchaus sinnvoll ist, den Judasbrief früh zu datieren. Zweitens gibt es auch Hinweise darauf, dass diejenigen, die ursprünglich die angesprochene Gemeinde evangelisieren, nicht mehr anwesend ist, ja. Ja, das zeigt, dass die Gemeinde alt genug ist, dass die mit, dass die Missionare, die sie zur Evangelisierung entsandt haben, sich verabschiedet haben und gegangen sind, ja. Dies könnte ihr Plan gewesen sein, diese Gemeinde ist reif genug, es ist Zeit in ein neues Gebiet zu ziehen oder eine Notwendigkeit, wir verlassen die Stadt, bevor wir geholt werden durch Besatzer und so weiter und so fort. Drittens hat der Autor kein Problem damit, Literatur aus dem Zweiten Tempel wie Erste Henoch und das Testament des Mose zu zitieren, was zeigt, ja, dass er den Kontakt zu den jüdischen Wurzeln der Bewegung nicht verloren hat. Dies wiederum würde ihn ins erste Jahrhundert einordnen, ja. Dies steht im Einklang mit der Tatsache, dass er auch kein Problem mit denen zu haben scheint, die er wegen der Christologie ablehnt, die eher angenommen als diskutiert wird und auch nicht über die Kirchenstruktur spricht. Beides sind eher Diskussionsthemen des zweiten Jahrhunderts, ja. Wir können Judas also relativ fest zumindest in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts verwurzeln, ja. Und es kann also, es gibt also nichts, das dagegen sprechen würde, ja. Das eigentliche Problem bei Judas ist in Bezug auf die Urheberschaft nicht das Lebensjahr von Judas oder die Selbstbezeichnung des Autors, sondern der Stil des Werkes. Jesus wird in unserer Literatur als Sohn eines galiläischen Bauern, eines landlosen Handwerkers dargestellt. Wir würden von dieser Familie erwarten, dass sie Griechisch spricht, nicht zuletzt, weil das größte Bauprojekt in der Nähe von Nazareth während der Zeit, in der Jesus aufwuchs, die nicht-jüdische Stadt Sephoris war, wo die Kommunikation mit den Vorarbeitern auf Griechisch stattgefunden hätte. Darüber hinaus war in Galiläa im Allgemeinen die Handelssprache Griechisch, ja. Natürlich können Judas und die übrigen Kursars Jesu auf Griechisch gelebt und auf Griechisch gesprochen und geschrieben haben, ja. Und, ja, da muss also ganz klar gesagt werden, Judas war ein Jüngerer, vielleicht der jüngste Sohn einer Bauernfamilie, ja. Wir haben es mit einem Werk zu tun, das voller Wortspiele, Alliterationen und anderer geschickter rhetorischer Mittel ist, ja. Wie konnte aber der einfache Mann Judas das Griechische im Brief Judas schreiben, ja. Es könnte sein, dass ihm ein unbekannter Ghostwriter letzten Endes geholfen hat. Vielleicht ist dies der eigentliche literarische Autor des Werks, wobei Judas ihm eine grundlegende Richtung vorgibt, ja. Doch, wir wissen, dass der Autor Griechisch beherrschte und wir wissen, welches Bildungsniveau der durchschnittliche galiläische Bauer haben würde, ja. Wir wissen nichts über Judas Biografie. In Galiläa gab es eine anständige griechische Bildung, ja. Und, naja, es gibt eben auch die Situation, dass viele Menschen sich eben auseinandergesetzt haben aufgrund dieses griechisch Durchzogenen mit dieser Sprache, ja. Und Judas war auch kein Pseudonym. Denn Judas scheint sich auf eine bestimmte Situation zu beziehen. Es handelt sich also kaum um das Werk von jemandem, der die gesamte Jesusbewegung beeinflussen wollte. Und obwohl die Person Judas vielleicht innerhalb der palästinischen Jesusbewegung bekannt war, war er außerhalb der Region sicherlich nicht bekannt, ja. Selbst in diesem Bereich gab es größere Namen, wie zum Beispiel den von Jakobus. Wenn man mit einem Pseudonymen Buch, äh, Pseudonymen Buch, ja, wenn man mit einem Pseudonymen Buchautor Einfluss haben wollte, warum sollte man da nicht Autoritäten nehmen wie Jakobus, Petrus, Paulus oder Judas Thaddeus, ja. Aber die Unwahrscheinlichkeit des angegebenen Autors ist das stärkste historische Argument dafür, dies anzunehmen, ja. Denn das Werk kann von Judas, dem Sohn Josefs oder Alpheus, äh, vor allem die Judas, dem Sohn Alpheus, des Alpheus, äh, gehabt haben. Da es keinen guten Grund für jemanden, äh, geben kann, äh, hier ein Pseudonym, äh, zu erfinden, das halt einfach, ähm, nicht plausibel ist, ja. Zum Beispiel das Lukas-Evangelium, das ist ja auch so eine Sache, warum schreibt man das Lukas zu, warum schreibt man das Markus-Evangelium dem Markus zu, obwohl dieser Markus, ähm, Paulus, äh, auf seiner Reise verlassen hat? Warum schreibt man, äh, Lukas, äh, Lukas zu, wenn dieser Lukas gleichzeitig ein, ähm, ein hellenistischer Christ war, ein Heidenchrist gewesen ist und kein Augenzeuge, ähm, der, des Lebens Jesu gewesen ist, sondern ein Begleiter des Paulus. Warum lässt man Matthäus, den Zöllner, ausgerechnet das jüdisch-hebräische Matthäus-Evangelium schreiben? All das sind Dinge, die einfach keinen Sinn ergeben und die uns vermuten lassen, ja, dass man für, äh, Autoren wie Markus oder, ähm, oder Lukas eher Petrus oder Philippus oder wen auch immer genommen hätte, aber auf gar keinen Fall solche vergleichsweise unbekannten, äh, Gestalten der, äh, der Urgemeinde. Also gibt es auch hier nichts, das widersprechen würde, den Judasbrief so einzuordnen, wie es uns die Bibel tatsächlich, genauso wie die altkirchliche Tradition nahelegt.